So weit. Luca hat mir eure Instagram-Rapper zukommen lassen. Das heißt, unsere Ohren werden heute definitiv bluten. Hey, I just met you and this is Greg. Ich bin sehr gespannt, was unser Nachwuchs heute so zu bieten hat. Ich würde sagen, erster Rapper, let's go. Ich bin nicht mehr... Oh Gott. Okay. Ich war lieb und das weißt du auch, aber wir sind Freunde und heute in der Pause hat es Spaß gemacht mit... ...meinen Freunden abzuhängen. Ich bin nicht mehr in dich verliebt und das weißt du auch. Aber wir sind Freunde und in der Schule hab ich viele Freunde und du bist eine davon. Ich bin nicht mehr in dich verliebt und du weißt es auch. Wir sind Freunde, ich bin nicht mehr... Bruder, du liest das halt hart ab oder was? Ich bin nicht mehr in dich verliebt und das weißt du auch. Ganz, ganz wilde Lines. Der A Cappella. Was? Benji, bester Mann. Und das weißt du auch. Don't come, Benji, ihr alt Ehrenmann. Ja, ah, die Straße ist breit. Ich bin ein Hai. Ja, ja, ah. Nacho hat ein Halsband um den Hals. Ja. Ah, iced out. Die Katze am Arm. Du siehst mich fahren? Im Benza. Der hat mich ungemacht. Trotz meiner unglaublichen Fähigkeiten, Freestyle versus vorauszusagen, hat er mich gerade erwischt. Bisschen gespuckt gerade. Nun. Und hier direkt der erste Kandidat, wo meine Ohren bluten. Moji ist am Start. Von einer Skala von 0 bis 10 war das Ganze leider nur eine. Übrigens. Moji, du bist ziemlich scheiße. Und das weißt du auch. Er ist denn Moji? Ein Ehrenmann, wie er im Bilderbuch gesteht. Endlich mal einer, der nicht abgeholt wird. In einem AMG, Porsche, Ferrari, Lambo, Rolls-Royce. Wir fahren durch die Stadt, fahren durch die Nacht, geben wieder Gas und haben laut Parvas. Lauten was? Sorry. Das sehe ich schon, dass das passt, Udi. Ja, das passt. Merkt euch das Gesicht? Wenn die Fragen zum Thema PC habt, meldet euch unter 0800. Oh nein. Bitte nicht so früh in den Lights geht. Oh Gott. Jack and Jones auf jeden Fall. Underrated. Underrated Appearance. Danke an die Bros, die unter mich stehen. Ich keine hate, dass sie können wieder gehen. Alle Blenders brauche ich nicht. Und mein Erfolg ist das einzige Licht. Ich gehe meinen Weg, so weit ich bin. Danke an Gott, dass es mich gibt. Hoffen, dass du mir diese Unfall gibst. Dass du mir diese Unfall gibst. Okay. Das war nicht Leleitzkin. Holy shit, Bruder. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Holy Bruder. Und ich habe gedacht, wir wurden sie los. Nein, Luca hat wieder zugeschlagen. Von einer Skala, von 0 bis zu wild. War sie diesmal zu wild. Es war zu wild, Brütt. Der hat mich erwischt. Der hat mich erwischt. Wer kennt es nicht, nachts vor dem Rathaus. Einfach mal ein Instagram-Rap-Video aufnehmen. Bruder, das ist die Studioaufnahme, die läuft. What? Deine Schwester Vanessa ist meine Prinzessin. Deine Schwester Vanessa ist meine Prinzessin? Ich ficke alle Hater, ihre Mom kommen later. Da hat mal wieder einer nicht gespart. An den Produktionskosten, Videospur und Tonspur hat zusammengepasst. Wie? Ähm. Ähm. Was ist denn jetzt? Sauna. Oh nein. Oh Gott. Klar. Uh. Hat schwimmen gewesen. Yeah. Uh. Yeah. Was? Warte mal, was? Was ist denn da? Ist der nicht der Typ aus dem letzten Rapper-Video? Das ist doch der aus dem letzten Video. Hat schwimmen gewesen. Yeah. Uh. Yeah. Yeah. T-Shirtshose. Hörst du T-Shirtshose? Null mein T-Shirt. Nice clip. Nice clip. Sexy Hose. T-Shirtshose. Uh. T-Shirtshose. Neue Jacke. Jacke. Neue Hose. Es ist Modetanz. Glockenzen eingepannt. Ist der hier schlecht? Ja, sie sind zu wack. Guck mein Moos. Okay, zu wild. Wann nimmt ihn endlich mal jemand unter dem Vertrag? Das ist halt richtig lustig, der Typ, Alter. Damit der Junge nicht mehr Instagram-Mack-Videos machen muss. Deal. Und an der Stelle bin ich komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr noch nicht diesen Kanal abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruder-Basis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt. Heute um 20.15 Uhr werden wir noch mal eine Runde live geschrieben in Alter Frische. Schaut mal hier, was hier Saftiges ist. Oh yeah. Jetzt merken wir hier ein Döner, weil ich heben muss, in Buxenrude, bester Mann auf jeden Fall. Oh, scheiße. Fürs Batman. Ah, ja. F für Mehmet. Das war das Video, wie noch hochkarätig. Ich like es und ich verteile es.